Das macht keine Geräusche bei mir Ein Torrad? Ja Ok Ach komm Ich sehe so komische Fleischbrücken an der Seite, das macht die auch nicht so, da sind Knochen drin So ist doch das Hansbind Von der Kräberbahn hängt alles ab, ob wir noch ein zweites bauen können oder nicht Wie viel brauchen wir denn? Nug zumindest Hä? Mit der Hacke Ich weiß nicht genau wie viele Kräberbahnen wir insgesamt brauchen, aber es ist noch mal einfach genug Vielleicht habe ich schon alle, aber ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich bin ja, ich muss erst mal nach Hause laufen Ich weiß es Ja so lange dauert das jetzt nicht, ich bin ja auch hergelaufen Ich höre nur das Geräusch, wenn du absteigst von dem Ding Dann macht es ganz kurz ein Motorgeräusch Aber beim Fahren nichts So lange das Motorrad nicht wieder in der Erde versinkt wie damals War schon gut, ja Das ist ja kein Motorrad, das ist ja eigentlich doch ein Taschenmotor Pocket Bike Pocket Bike Ja Ein richtiges Motorrad wäre natürlich mega geil Als nächstes sein dann aber Ja, weil der fährt bestimmt auch schneller Oh Ich fahr ja hinter mir Ha Ja Pilzschwein Brauchen wir Vielleicht ist es stark oder was Das macht viel Schaden, aber das ist nicht sehr schnell. Geht aber gut aus. Das hat eine Spindle auf dem Boden gemacht. Weißt du wie es läuft? Ach komm. Das Ding nehme ich jetzt nicht mit. Ist das immer noch derselbe Geier wie vorhin? Ich hoffe nicht. Mit dem Bike haben wir etwa noch mal so fast einen ganzen Taschenplatz. Wie wir jetzt einen Rucksack haben. Einen ganzen Taschenplatz? Ja, die ganze Plätze wie wir jetzt aktuell haben. Achso. Ich wünsche es jetzt aufnehmen. Reparieren. Okay. Ja, ist Neues, wenn man das Taschenbalk aufnehmen könnte. Kann man auch. Ja, aber dann kriegst du alles in dein Inventar, was im Link ist im Inventar. Dann kann man es aber zumindest innen drin lagern und nicht draußen stehen lassen. Wir haben ja immer irgendwie, das sind immer so in der Mitte in die Basis reingefahren und sind halt oft hängen geblieben. Naja, das geht halt nur mit dem Anführungsstriche Taschenmotor rein. Das ist nicht mit dem normalen Motorrad. Wahrscheinlich nicht, das ist viel zu groß. Äh, esse. Mal 10 frühes Wasser kaufen. Also jetzt guck mal, wie viel brauchen wir denn? Ich stelle jetzt einfach mal welche her. Ich habe da einige Knochen gesammelt und dann sage ich dir am Bescheid, was noch fehlt, wenn ich das Zeug zusammen habe. Okay. Eisenfeil. 97 für Filz. Hab ich noch nicht gekocht. Kannst du das schon? Das Rezept? Soll ich, oder ich mach es mal? Äh. Äh. Das war noch im anderen Ding. Wuch? Ne, da hab ich benutzt, ne. Problem ist, ich brauch Kohle auf jeden Fall. Wenn du hast, Kohle braucht man. 20 Stück auf jeden Fall. 20 Kohle. Und Öl, wenn du hast. Oder hab ich noch Öl? Nein, da hab ich noch nichts. Kohle hab ich überhaupt nichts. Öl hab ich genug, Öl nicht. Vielleicht, äh. Ne, Kohle hab ich überhaupt nicht. So, Null. Ich bin auf Klebeband spezialisiert, ja manch. Und jetzt kommt Klebeband für alles. Heiß Klebeband, braucht für jeden Mist Klebeband, ey. Gib ich an, ey. Äh. So ist das. Ich hab so viel Pistolen-Munition, vielleicht sollte ich die mal benutzen, beim Erkunden. Hier. 340 insgesamt. So. So. Jetzt, das brauch ich. So. Äh. Du hast eine Pfanne gepraßt. Äh. Was ist denn? Warum hab ich? Ach so. Die habe ich. Ja. Ja. Ja, natürlich. Äh. So, du gehst jetzt offline, oder was? Verordnung. Nicht sofort. Was bedeutet das? Ich wollte aber, du bist jetzt eine Bike noch nicht dran. Pfff. Pfff. Habe ich damit angefangen, wenn ich möchte? So hätte ich. Kann doch sehen, was noch fehlt. Was musst du mir sagen. Ich hab Handlebars. So ein paar Sachen hab ich ja. Sechs kurze Eisenrohre, die kann ich herstellen. Oh, sie. Du musst nur Kohle für mich organisieren. Kohle? Ja, Kohle brauchen. Äh. Die Räder. 20 Stück brauche ich. Guck mal, was ich hier hab. Rest sollte ich hinkriegen. Also ich hab Scheinwerfer, Handlebars und ne Batterie. Batteriestufe 2. Batterie kann ich auch stellen, oder sag mal welchen Zustand ist deine Batterie, weil ich hab das für eh keine Rolle. Äh, meine hat, ich würd sagen knapp über die Hälfte. Stufe? 2. 2. Ganz egal. Äh, ich brauch Steine. Ich brauch wirklich nur Kohle. Wie viel? Ähm. Ein Wheel kostet 10 Kohle. Das heißt, ich brauch 20 Kohle. Scheiße, Polymer brauch ich mal. Hab ich noch genug. Boah, Out of Stamina, ey. Ach, kein Scheiß. Äh, kein Scrap Polymer. So noch Scrap Polymer. Boah, kein Scrap Polymer. Ja, meine Kiste ist halt zu. Ach so, ja. Wie ist das denn? Weißt du 90, oder? 90 ungefähr. Okay, das ist lang. Wirklich. Was war denn immer dieser große Stein? Weißt du das noch? Eine Himmelsrichtung ungefähr? Nee. Verlust. Ein bisschen Kohle gibt's ja hier auch. Ich hab jetzt 7 aktuell. Äh. Lenker brauch ich jetzt noch. Du hast gesagt, was, 40 oder 20? 20. Insgesamt? Ja. Für beide Räder. Für zwei Räder. Vorher zwei Räder. Muss ich nur ein paar Steine schon kaputt machen. Ja, ist bei mir relativ schnell. Aber ne, Kohleader wär schon nicht schlecht. Ja, vor allem für Munition und so was. Braucht man ja auch später. Ja, gut. Ich kann ja noch ne Mine bauen dann. Ja, das ist... Das... Da mach ich aber den Eingang innerhalb meines Hauses. Dann wieder so weit, dass wir in der Nacht an einer Mine rum arbeiten. Ja, weil nachts unten drunter ist eh scheißegal, weißt du? Ja. Da hört dich kein Mensch. Du musst nur die Schmieden ausmachen. Die Schmieden aus. Also, wenn du nicht in der Nähe bist oder so, weil... Die Zombies... Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber es war immer so, dass zum Beispiel die Hexen... ...davon angezogen werden. Ich hab jetzt 18. Ich mach den schnell noch kaputt. Das sollte lang. Ich hab ein bisschen Kleber her. Das ist gut, dass mein Kleber aus Kanochen und so herstellen kann. Weil das ist so... Materialien, die man eigentlich... Das ist halt die Häufigkeit. Ja. Was? Umgekickt ist online. Wer? Umgekickt. Umgekickt. Umgekickt? Nicht Unge. Ungekickt? Ach, Unge. Milch ist Gift? Ja, genau. Milch ist Gift. Ja. Ganz genau. Also ich hab genau... Ich hab genau 20 jetzt. Ja, perfekt. Schmeiß mir hin. Und dann... Geh, wenn nicht. So. 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 Wie viel brauchst du? Ähm. Da hab ich jetzt nicht nachgemacht. Hier. Hier. Ich brauche... 20 der Polymer pro... Teifen. Also 40. Ja. Ansonsten hab ich alles. Also der Rest der Zutaten sind alles... Ja, sind Zutaten. Voll. 2 draus. Ist halt gut, dass ich die Ace-Bottle mitgenommen hab, ne? Die Ace-Bottle? Ja. Machen wir zwar nur... jeweils einen für, aber... ... ...und die Meerwäsche auf jeden Fall auch. Wenn ich finde... ... auf jeden Fall mitmachen. Hä? was ist denn die zündestellen reifen mach hin ich muss da einen reifen wenn du Bezin brauchst weiß nicht ob du mitgenommen hast ich hab 30 oder so ich hab noch ein paar Kanister mitgenommen die ich besägen kann Kanister, du meinst diese Öl die Öl, die Fässer da wären immer 1000 raus glaube ich so was ich glaube 600 ja jetzt ist das schon mal bereit das nehmen wir dann zum Erkunden einfach immer mit dann kommen wir dann sehr viel schneller an ok so, dein neuesten Powerpack draußen so, sofort Ne interacts mit Bças boah, diese Nagelpistole geht s Goch ja das war ja nur ein kilometer das ist jetzt reingestellt ist halt auch nur ein mini bike der ist nicht für große das ist so das ist wie das ist wie so ein auto es ist schon mal ein fortschritt das ja nachher in die schmiede geschmissen als treibstoff manchmal noch mal einen noch mal einen kleinen in den koffer in den koffer einfach rein von dem ding da hat man sie mal dabei und verbraucht nur ein platz oder so benzin kann man auch als brennstoff nutzen so als ich das mit der schmiede gemacht habe hatte ich alles was in der schmiede drin war im inventar ich denke mal so wird es auch sein jetzt sind wir schon mal wenigstens mobiler können mehr tragen ich habe noch drei klebe waren über ich habe auch noch drei oder vier eine kiste ich würde auch nicht eisen sammeln müssen ich 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 so dann ist ja jetzt gleich feierabend ich glaube jetzt noch groß tour machen lohnt nicht dafür dann einfach ja morgen wird schwierig höchstens vom raid noch so angenommen ist kein lust mehr keine lust auf den welt habe geschrieben ist halt einfach nicht mehr durchlaufen weil wir durchlaufen ich weiß nicht es ist ja meistens so dass du nicht mal leute zusammen so ich bin auf jeden fall jetzt offline okay noch essen wartet es gibt es nicht wie kann ich denn wie kann ich denn das inventar von dem motorrad auswählen äh eh geprüft halten ja da steht hupe fahren und abschließen dann kannst du es aufnehmen nein dann wahrscheinlich weil ich das eingestellt habe dann dann werfen wir einfach so am besten ich weiß nicht ob es früher so war aber keine ahnung aber es macht schon sinn dass man da nicht drauf zugreifen kann damit nicht irgendwie fremder das zeug daraus wird ja natürlich aber es ist relativ dunkel dafür dass es erst 20.09 ist wenn sie die fahrzeuge jetzt ziemlich eigentlich einigermaßen gut hingekriegt haben bin ich mal gespannt wie es im büropop da ist ich kann mir nicht vorstellen bis auch in der luft so gut hinkriegen dann auch so meine bedenken das dauert ja eh noch bis wir da sind es dauert nur eine weile ich weiß nicht ob ich fahrzeug überhaupt dann lernen soll also ich reicht ja wenn einer die lernen ja ich kann weil das ist halt schon die europa das hat schon letzte stufe so ist was anderes als werkzeug die materialen kann ich ja trotzdem sammeln das ist ja gut die materialien und dann geht er jetzt gar keine jahre groß können die ja nicht sein dass wir fix sind ja aber was hinten dann ist vielleicht nicht der gruppe selber aber er dann das fahrzeug noch das große kann sein da kannst du richtig die zombies mit weg wegbomben dann kommt der neue raid 22 vielleicht sage ich dann einfach ich bin zum neuen raid bis zum neuen raid einfach nicht mehr da wir haben ja auch gesagt wir kommen erst zum neuen raid wer weiß ob überhaupt noch ein raid zustande kommt das weiß man ja jetzt auch nicht morgen ich guck mal wie es morgen aussieht wie viel überhaupt da sind ob überhaupt genug da sind dann sag ich ja tschüss bis zum neuen raid einfach mal ja geistig davon ja die man dann halt mal einfach ein raid macht das ist auch nicht so die geistig geistig drauf vorbereiten man kann einfach fresh durchstarten wenn der raid starten ist fertig wir haben den raid jetzt so oft gemacht ja das ist sehr einfach am ende auch wenn wir ihn wirklich probieren würden ok also dann ja aber das kann das kannst du mit randoms vergessen das kannst du mit randoms vergessen dafür sind dafür sind wir zu wenige leute ja wir sind einfach zu wenige viel zu wenige ich stehe schon ein dass wir da kein müde machen können außer fresh und erst mal ja gut der erste ist ja der erste ist ja pbfucks den kann ich alleine machen also ich mach den ja alleine wo ich auch irgendwie dann irgendwann ausgelatscht vor allem wenn du dann einfach reingehst und du kriegst halt einfach nichts warum sollst du den dann umkretschen haben also ich hab ich hab über 3,70 an dem zeug ich hab nichts mehr ich glaub im ganzen raid noch ein einziges teil was standardmäßig besser wär ein einziges von allen bossen also ja ich hab mittlerweile auch so ein ziemlich hohes item ich glaub ich hab 3,76 mittlerweile ich hab irgendwas mit 3,70 ich weiß es nicht vielleicht nicht mehr viel spiel nach oben in den hcl seiten du hast glück und das trock alles titan geschmiert ja auf diesen glück zu warten kommst du bald bei oder was ist hier vor allem kriegst du ja mittlerweile durch diese diese neue ähm das ist nicht invasion die warfreund ja genau durch die warfreund kriegst du ja 3,85er so du meinst sie meinst du die die diffraktionskrieg ja warfront gibt dir nur 3,70 dunkelkirch über die quest ja dunkelkirch ja es muss leer sein dann kannst du es nicht aufheben gelärmt sooo dann schmeiß ich dich das mal hin da im Saftes einfach so plupp hallo leg dir mal hin und guck mal ob Benzin dran ist weil ich hatte den voll gemacht ist voll ist voll ja ja dann gebe ich hier das ha 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 ähm es gibt auch um aber es fällt nicht durch die wand durch das ist schon mal gut storage fahren öffnen das war bei mir alles gar nicht da storage ist cool also wie riesig das ist vielleicht halbe tasche hä was ist das hier wenn ich auf öffnen drücke weiß nicht wahrscheinlich ist es im großen Fahrzeug alter was war das denn animation storage hä öffnen ist was anderes das ist zum tanken und sowas du siehst ja Tank auffüllen und Tank Storage storage ist ich tu das einfach mal da rein ja das packt halt nur ein bisschen rum die Reifen die zucken bei mir so die zappeln bei mir hin und her der steht stabil da aber ich pack das oder so die Kiste die haben es nicht irgendwie aus irgendwelchen gründen verschwind dafür hast du ja tatsächlich Motorrad lang dauert ja dann können wir ja morgen direkt loslegen ja ich pack sie jetzt erstmal hier rein mit unseren Vespa ich kann nicht mehr als eine Vespa bitte dass wir dann die richtigen Motorräder haben die werde ich dann auch herstellen und dass wir so richtige Motorrädgänge haben dann in diesem sinne bis zum nächsten mal 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 mal